Künstliche Augen Künstliche Augen Künstliche Augen Auf der Brücke der zielstrebige Wut blickte Subkommandant Naiva Stellerax konzentriert auf den Hauptbildschirm. Der riesige Bildschirm dominierte die Wand der Hauptbrücke und war übersät mit einer chaotischen Anordnung von Überwachungsdaten und Ergebnissen der Abtastungen. East Van Vier, dessen Ringe im schwachen Licht der Systemsonne golden und blau schimmerten, war auf dem Bildschirm zu sehen. Die Feuereifer berichtet von einem möglichen Kontakt in Quadrant 8 Theta, berichtete einer der Adjutanten an der Abtasterkonsole hinter dem Kommandanten der Space Marines. Er war selbst kein Space Marine, obwohl sein Körper Zeichen von operativen Verbesserungen aufwies und sein linkes Auge durch ein Bionisches ersetzt worden war, welches im hellen Schein seines Monitors rot aufblitzte. Zu groß für einen Asteroiden könnte aber ein kleiner Mond sein, der nicht auf den Karten verzeichnet ist. Dellerax richtete seinen Blick auf die benannte Stelle in der oberen Hälfte des Bildschirms. Es war zwecklos, musste er sich eingestehen. Selbst seine verbesserten Augen konnten nicht wahrnehmen, was der Schlachtkreuzer nicht entdecken konnte. Gerade weil das Bild, welches er betrachtete, aus eben den Daten bestand, die das Schiff gesammelt hatte. Wenn die zielstrebige Wut den Gegner nicht sehen konnte, dann konnte er es auch nicht. Annäherung an die Quelle bis auf 50.000 Kilometer, befahl Dellerax, während er seinen Blick vom Bildschirm abwendete. Die gerechte Wut soll sich auf Abfangkurs begeben. Bestätigt, Subkommandant. Der Gedanke, möglicherweise seine Beute gefunden zu haben, versorgte Dellerax mit einem Adrenalinschub. Er hatte viele Tage lang ergebnislos die äußeren Bereiche des East-Warn-Systems durchsucht und war fast zu der Überzeugung gelangt, dass seine Feinde gar nicht mehr hier draußen waren. Sein Neokortex-Implantat reagierte auf seine Gefühlsänderung, in dem es durch winzige Schwingungen eine Welle von Chemikalien in Dellerax Gehirn freisetzte. Seine Sinne waren sofort geschärft. Er konnte den Schweiß der Männer an den Konsolen riechen, das Öl der Maschinen. Er konnte die Ladung der Monitore schmecken und den sanften Luftzug der Deckenventilatoren fühlen. Das Blau und Weiß seiner Rüstung wirkte intensiver und jedes noch so kleine Rauschen, Piepen und Atmen klang in seinen Ohren nach. Die Feuereifer bestätigt den Kontakt, sagte der Adjutant aufgeregt. Positiver Transponder-Code. Es ist ein Schiff der Salamanders, als Angriffskreuzer klassifiziert. Endlich, sagte Dellerax in seiner aufgestauten Frustration. Er drehte sich um und stapfte quer über die Brücke zur Kommunikationsstation. Nachricht an die gesamte Flotte. Kurs für sofortigen Angriff setzen. Übermittelt das Folgende an den Feind. Hier spricht Subkommandant Dellerax von den World Eaters. Deaktiviert eure Waffen und bereitet euch darauf vor, geändert zu werden. Jeglicher Widerstand wird in eurer Zerstörung enden. Es wird keine weiteren Warnungen geben. Sie versuchen zu fliehen, sagte der Sensor-Offizier. Sie verlassen Istwan 4 und nehmen Geschwindigkeit auf. Sofortiger Abfangkurs, entgegnete Dellerax. Sobald wie möglich die Triebwerke anvisieren. Wenn sie davonkommen, werdet ihr euch vor mir verantworten. Das Implantat des World Eaters befand sich nun in vollem Gefechtsmodus und bereitete seinen gesamten Körper auf den kommenden Kampf vor, indem es elektrische Stöße an sein Nebennierensystem sandte. Es war eine merkwürdige Mischung aus Klarheit und Euphorie, ein allgemeines Gefühl des Wohlergehens, das die Gedanken des Subkommandanten angenehm dämpfte, während sein Instinkt übernahm und ihn mit einer Welle von Sinneseindrücken bombardierte. Während die Flotte der World Eaters ihre Triebwerke hochfuhr, setzte der Kreuzer der Salamanders Kurs auf den Rand des Istwan-Systems und schoss in Richtung seiner nächsten Deckung davon, einem Asteroidenfeld etwa 500.000 Kilometer von Istwan 4 entfernt. Wie ein Rudel Jagdhunde nahmen die Schiffe der World Eaters die Verfolgung auf. Die zielstrebige Wut setzte sich durch ihre stärkeren Antriebe schnell an die Spitze der Verfolger. Warp-Torpedos bereit machen! Maximale Streuung! befahl Dallarax, als sie den Abstand verringerten. Wenn er es dem Angriffskreuzer gestattete, die Sicherheit des Asteroidenfeldes zu erreichen, würde der schwerfälligere Schlachtkreuzer seine Beute wahrscheinlich verlieren. Doch diesen Abschuss wollte Dallarax für sich. Die Salamanders waren noch mehrere tausend Kilometer von der Sicherheit der Asteroiden entfernt, als der erste Geschützoffizier meldete, dass sie sich in maximaler Torpedoreichweite befanden. Dallarax schätzte, dass die Entfernung noch zu groß war und gab noch keinen Feuerbefehl. Er stapfte unruhig auf der Brücke auf und ab und wartete auf den Moment, in dem das Abfeuern der Torpedos dem Gegner die kürzeste Reaktionszeit erlauben würde, aber die Geschosse den Angriffskreuzer erreichten, bevor er in das Asteroidenfeld eintauchen konnte. Ein riskanter Drahtseilakt. Dallarax hörte, wie einer der Adjutanten die Entfernung herunterzählte und blickte gelegentlich auf den Hauptbildschirm. Die Position des Angriffskreuzers wurde von einem leuchtenden Zielkreuz markiert, das Schiff selbst jedoch war trotz maximaler Vergrößerung zu weit entfernt, um gesehen zu werden. Dallarax drehte sich um und erblickte seinen stellvertretenden Offizier, Captain Arthix Cordazis, der gerade die Brücke betreten hatte. Seine blau-weiße Rüstung war mit Gold beschlagen und sein rechter Arm war eine mechanische Prothese, deren Panzerung so lackiert war, dass sie zur Farbe seiner Servorüstung passte. Am auffälligsten war der abfällige Blick in seinem Gesicht, als er über den Repräsentanten des Kriegsherren sprach. »Er kann das Vox abhören, wie jeder andere auch«, knurrte Dallarax. »Ich bin beschäftigt.« »Ich fürchte, er wünscht einen persönlichen Bericht«, sagte Cordazis entschuldigend. »Er wird keinen bekommen«, erwiderte Dallarax. Durch die Kampfdrogen, die durch seinen Körper strömten, war er nicht in der Stimmung für die belanglosen Fragen von Horus' Botschafter. Allein der Gedanke, diesem Legionär, der ihm aufgezwungen worden war, in die Augen blicken zu müssen, ließ ihn vor Wut beben. »Was soll ich ihm sagen?«, fragte Cordazis. »Was immer du willst«, antwortete Dallarax und wandte sich wieder dem Hauptbildschirm zu. »Das hier geht Ihnen nichts an.« Cordazis wartete ein paar Momente, bevor ihm klar wurde, dass sein Kommandant nichts weiter zu sagen hatte. »Dann kann ich genauso gut auch hierbleiben und das Schauspiel beobachten«, sagte der Käpt'n. »Na schön, übernimm die Waffenkontrolle«, lud Dallarax ihn ein. Als sie sich endlich auf optimale Reichweite angenähert hatten, gab Dallarax den Befehl, eine volle Torpedo-Salve abzufeuern. Der Schlachtkreuzer erbebte, als die gigantischen Projektile gestartet wurden. Sie erschienen sofort auf dem Bildschirm, vier Leuchtfeuer aus gelbem Plasma vor dem Hintergrund aus Sternen, die plötzlich verschwanden, als sich ihre Warp-Triebwerke aktivierten. Immer wieder zwischen Real- und Warp-Raum wechselnd hinterließen die Torpedos eine Spur aus vielfarbigem Licht. Sie beschrieben einen allmählichen Bogen nach rechts, als das Schiff der Salamanders ihnen auszuweichen versuchte. Plötzlich waren sie verschwunden, nur noch Warp-Echos auf den Abtastern. »12.000 Kilometer bis zum Ziel«, berichtete ein Waffenoffizier, der die Daten von seinem grün leuchtenden Bildschirm ablas. Es war Skanda Vior, ebenfalls ein World Eater, und genau wie Dallarax und Cordazes trug er eine Servo-Rüstung. Im Gegensatz zu seinen vorgesetzten Offizieren hatte er seine Rüstung größtenteils rot gefärbt. Dies war eine zunehmende Tendenz in der Legion, eine Anerkennung von Angrons Kriegerkult. Vior wartete einige Sekunden. »11.000 Kilometer bis zum Ziel«, der Countdown setzte sich fort und bei 7.000 Kilometern blieb Dallarax stehen. »6.000 Kilometer bis zum Ziel«, meldete der Waffenoffizier. »Wechsel zu Torpedoabtastern. Streuung vorbereitet«. Ein Fenster öffnete sich auf dem Hauptbildschirm und zeigte ein zusammengesetztes Bild der Torpedo-Daten in eintönigem, hartem Schwarz-Rot. Merkwürdige Formen wirbelten darin umher und Dallarax erkannte, dass sie das Bild gewechselt haben mussten, als sich die Torpedos noch mitten im Sprung befanden. Einen Moment später materialisierten sie sich im Realraum und der Angriffskreuzer tauchte auf dem Bild auf. Er war lang, dünn, mit einem Flughangar auf seiner Mittelachse. Winzige Plasmapunkte erschienen wie kleine Funken aus dem Hangar, als die Salamanders Angriffsjäger starteten, um die ankommenden Torpedos abzufangen. »Fünftausend Kilometer! Streuung!« verkündete der Offizier. Das von den Torpedos generierte Bild wurde kurzzeitig unterbrochen, als sich die Raketen öffneten und jede einzelne von ihnen 400 Sprengköpfe auf das Schiff des Salamanders abfeuerte. Nachdem die Übertragung wiederhergestellt war, zeigte das Bild 1600 schimmernde Projektile. Explosionen ließen die Sterne verblassen, als die Abfangjäger der Salamanders zwischen den Geschossen hindurchflogen, hinauf- und hinabstießen und sich um sie drehten. Dabei eröffneten sie das Feuer mit Geschützen und Lasern. Während die gestarteten Projektile, jedes mit einem 5 Megatonnen Nuklearsprengkopf versehen, weiter auf den Angriffskreuzer zusteuerten, eröffneten die Abwehrtürme des Salamanders Schiffes das Feuer. Wellen von Plasmafeuer und eine Flut von Hochgeschwindigkeitsgeschossen flogen durch das Bild und brachten weitere Sprengköpfe zur Detonation. Die Torpedos hatten sich ihrem Ziel nun so weit genähert, dass sie ein Direktbild übermitteln konnten. Das vom Computer konstruierte Modell des Angriffskreuzers wurde durch ein nahezu in Echtzeit übermitteltes Bild ersetzt. Er war dunkelgrün und mit ungleichmäßigen gelben Streifen dekoriert. Das Emblem der Legion auf weißem Hintergrund war am Bug des Schiffes gut zu sehen. Durch den Schleier der Explosionen war zu erkennen, dass das Schiff sich wegdrehte, als dessen Käpt'n versuchte, das Profil des Schiffes gegen den ankommenden Schwarm aus Projektilen zu verringern. Plasmatriebwerke leuchteten wie Sterne im Nebel der Explosionen, verzerrt nur durch das Aufleuchten von Energiefeldern. Dieser Narr, sagte Dallarax und grinste den Waffenoffizier an. Ein grundlegender Fehler. Man sollte sich in einen Torpedoangriff hineindrehen, um die Maschinen zu schützen. Ohne Zweifel ein Anfänger. Blaue und lilafarbene Blitze flackerten auf, als die verbliebenen Geschosse mehrere hundert an der Zahl in die Schilde des Angriffskreuzers einschlugen. Das Schiff war plötzlich umgeben von einer Feuersbrunst aus Explosionen, die so hell war, dass es auf dem Bildschirm wie die Geburt einer Supernova wirkte. Weitere Detonationen folgten, als die Schilde sich überluden und die übrigen Sprengköpfe in den gepanzerten Rumpf des Kreuzers einschlugen. Plasma trat aus einer gebrochenen Antriebsleitung aus wie flüssiges Feuer. Augenblicke später verschwand das Bildschirmfenster, als die Sprengköpfe der vier Träger-Torpedos explodierten. Abtaster bestätigen kritischen Schaden am Antrieb und mittelschweren Schaden auf den Waffendecks Steuerbord. Meldet der Flotte, sie soll sich zum Abschuss nähern, antwortete Dallarax. Wir empfangen eine Nachricht vom Legionskommando, teilte ein Kommunikationsadjutant mit, versehen mit einem Prioritätssignal. Auf die Lautsprecher, befahl Dallarax, während seine Augen weiter den Hauptschirm fixierten. Die Brücke wurde sogleich von einem statischen Rauschen erfüllt und eine Reihe von verschlüsselten Tönen und Geräuschen erklang, bevor eine tiefe Stimme die Stille durchbrach. Dallarax' Aufmerksamkeit war sofort auf die Nachricht gerichtet, alles andere vergessen, als er die Stimme von Angron, dem Primarchen der World Eaters, erkannte. Die verräterischen Söhne des Korax schaffen es weiterhin, dem schwerfälligen Maschinisten Perturabo zu entkommen. Der Kriegsherr hält es für angebracht, mir freie Hand bei der Jagd zu geben. Und ich gedenke, den Abschaum von Deliverance innerhalb von wenigen Tagen zur Strecke zu bringen. Alle Schiffe werden in den Orbit zurückbeordert und bei der Suche helfen. Wir werden unsere ganze Wut auf die Ravengard loslassen und sie aus der Geschichte tilgen. Diesem Befehl ist umgehend Folge zu leisten. Brechen wir unsere Verfolgung ab? fragte Cordazes. Nein, erwiderte Dallarax. Er beobachtete, wie sich der Angriffskreuzer, gefolgt von einer Spur sich ausbreitenden Plasmas, in Richtung des Asteroidenfeldes schleppte. Er war ein Jäger, der seine Beute verwundet hatte und nun bereit war, sie zu töten. Lass die anderen die Ravengard durch die Berge jagen. Ein paar Stunden mehr oder weniger werden auch keinen Unterschied mehr machen. Ich habe einen Salamander zu erlegen. Ich habe einen Salamander zu erlegen. Ich habe einen Salamander, wenn ich die Angriffskreuzel war. Ich habe einen Salamander zu erlegen. Ich habe einen Salamander zu erlegen. Kiff, bis zum Brüoto zu erlegen. Brann runzelte die Stirn. Er schaute sich den Abtasterbericht noch einmal an, aber auch beim zweiten Mal lesen ergab er nicht mehr Sinn. Er drehte sich zu seinem Begleiter um Marcus Valerius, Präfektor der Imperialen Garde. »Es sieht aus wie eine Restspur aus Plasma- und Strahlungsrückständen sowie vereinzelte Trümmerwolken«, sagte der Kommandant der Raven Guard. »Eine Raumschlacht?« fragte der Präfektor. »Ja, eine große«, antwortete Brann. »Zu groß.« »Was meint ihr damit?« erkundigte sich Valerius. Brann reichte ihm einen Bericht und ging zu den Männern, die an der Abtasterkonsole arbeiteten. Die schweren Schritte seiner gepanzerten Stiefel klangen gedämpft auf dem dicken Teppich, der auf dem Deck ausgelegt worden war. »Sind diese Werte vom Rest der Flotte bestätigt worden?« »Was... was meint ihr mit zu groß?« fragte Valerius. »Hunderte zerstörte Schiffe«, antwortete Brann. »Mehr Schiffe als die gesamte Flotte der Lunar-Wolves.« Der Präfektor spielte an der roten Scherpe vor seiner Brust herum, dem Symbol des Adelstandes seiner Familie. Sie war durch Valerius' ständiges Betasten während der langen Warpreise von Deliverance nach East Van bereits abgenutzt. Die Nervosität des Präfektors war nachvollziehbar, irritierte Brann jedoch sehr. Ja, Valerius hatte den Kommandanten der Ravengard davon überzeugt, seinen Posten als Garnisionsführer des Rabenhorsts aufzugeben und nach East Van zu reisen und hatte mit seinem Leben für diese Tat gebürgt. Brann war nur allzu gewillt, diesen Preis einzufordern, sollte sich sein Verdacht, es handele sich um eine Falle, bewahrheiten. »Angesichts der Lage würde das bedeuten, dass die beteiligten Flotten nahezu völlig vernichtet wurden«, sagte Brann und ignorierte die Bemerkung des Präfektors. »So viele zerstörte Schiffe deuten auf eine viel größere Schlacht hin. Und wie sollen wir weiter vorgehen?« Brann wog seine Optionen ab. Seine Flotte, bestehend aus drei Schiffen der Ravengard, darunter sein Schlachtkreuzer und eine Handvoll Transporter und Fregatten der Imperialen Garde, war senkrecht von oben in das East Van System eingedrungen. Auf einem Monitor studierte er die schematische Darstellung der Aufteilung seiner Flotte. Ein berechneter Kurs wurde durch eine gepunktete Linie dargestellt, welcher um East Vans Sonne herum in Richtung der Planeten auf der anderen Seite des Systems führte. »Aktiviert die Sensordämpfungsprotokolle«, sagte der Kommandant. »Reflexschilde für Schleichfahrt hochfahren. Wir werden uns über die Sonne nähern, um unseren Anflug zu verschleiern. Der Feind soll uns nicht kommen sehen.« »Was sollen meine Schiffe tun?«, fragte Valerius. »Wir verfügen nicht über diese Technologie.« »Dann lasst sie so leise wie möglich Fahrt machen«, antwortete Brann. »Bis wir herausgefunden haben, was hier vor sich geht, will ich nicht, dass irgendjemand weiß, dass wir anwesend sind.« »Eine stille Annäherung wird uns verlangsamen«, erwiderte Valerius. Er blinzelte aufgeregt, ein weiterer nervöser Tick, den er entwickelt hatte. »Was, wenn wir zu vorsichtig sind und zu spät kommen?« »Zu spät für was?«, fragte Brann rau, dessen Geduld mit dem Präfektor aufgrund seiner ständigen Sorgen am Ende war. »Die Schlacht ist bereits vorbei, Markus. Was auch immer hier vorgefallen ist, es ist vorbei.« Fünf Tage näher an Eastwand 5, wo anscheinend der Großteil der Gefechte stattgefunden hatte, befand sich Brann in seinem Quartier, als ihn die Nachricht von Valerius' Flaggschiff erreichte. »Auf meinen Kanal durchstellen«, befahl Brann und legte eine Datentafel mit Sensordaten zur Seite, die er gerade studiert hatte. Alle Berichte bestätigten seine erste Analyse. Eine Raumschlacht, oder besser, mehrere Raumschlachten hatten hier in einer kurzen Zeitspanne zwischen Hunderten von Schiffen rund um Eastwand 5 und weiter zum Rand in Richtung Eastwand 4 getobt. »Kommandant Brann, wir empfangen ein Transpondersignal.« Valerius' Stimme klang hohl und schwach über die rauschende VOX-Verbindung. »Es ist ein Identifizierungssignal der Iron Hands. Ein Schiff, das sich selbst als die glorreiche Sieg ausgibt. Es ist ein automatisches Signal. Wir versuchen, es für eine Antwort zurückzuverfolgen.« »Negativ«, blaffte Brann ihn an. »Öffnet keinen Kanal. Wollt ihr, dass jeder im gesamten Eastwand-System weiß, dass wir hier sind?« »Ich bitte um Entschuldigung, Kommandant«, sagte Valerius. »Aber ein Schmalband-Signal wäre nur schwer zu entdecken. Vielleicht kann die Besatzung des Schiffes der Iron Hands uns mitteilen, was hier vorgefallen ist.« »Nein, absolut negativ«, erwiderte Brann erneut. »Sucht weiter nach Übertragungen.« »Aber, Kommandant, wenn Sie unsere Hilfe brauchen...« »Wir können Ihnen nicht trauen.« »Das verstehe ich nicht. Wir können den Iron Hands nicht trauen?« »Meine Techniker haben die Gefechtsdaten analysiert. Es lässt sich zwar nur schwer sagen, aber es scheint, als habe sich die Flotte, die sich um Horus kümmern sollte, aufgeteilt und gegeneinander gekämpft.« »Ich befürchte, nicht nur die Lunawolves haben sich gegen uns gewandt. Solange wir nicht genau wissen, wer loyal ist und wer nicht, müssen wir jeden verdächtigen.« Statisches Rauschen erfüllte den Raum, während Valerius diese Erkenntnis verarbeitete. Nach einiger Zeit sagte der Offizier mit gebrochener Stimme. »Aber, wenn das wahr ist, was ist dann mit der Raven Guard?« »Anscheinend war doch etwas an euren Träumen dran, Markus«, erwiderte Brann. »Setzen wir nach dieser Analyse jetzt also volle Kraft?« »Nein, noch nicht«, Brann holte Tiefluft. Er begriff erst jetzt den Zweifel, welcher schon seit dem Zeitpunkt an ihm genagt hatte, an dem er begonnen hatte, das volle Ausmaß des Verrats von Eastwan zu erkennen. »Wir müssen immer noch vorsichtig sein. Es ist gut möglich, dass wir die letzten Überlebenden der Raven Guard sind.« Drei Tage vom Orbit von Eastwan 5 entfernt driftete Branns Flotte leise näher. Sie nutzten nur minimale Energie. Jedes Watt, das erübrigt werden konnte, wurde in die Sensor-Valanx geleitet, um Antworten auf beängstigende Fragen zu finden. Die Beweislast war erdrückend. Horus hatte Verbündete in den Flotten gehabt, die ausgeschickt worden waren, um ihn zu strafen. Brann verbrachte die meiste Zeit auf der Brücke seines Schlachtkreuzers, der Rächer. Für die letzten zwei Tage hatte er Valerius an Bord untergebracht, um sicherzustellen, dass der Präfektor in Reichweite war, sollte etwas Unerwartetes passieren. Der Offizier der Imperialen Garde saß neben der Kommunikationskonsole und kaute mit eingefallenen Wangen an seinen Fingernägeln, wobei sein normalerweise makelloses Gesicht von Bartstoppeln übersät war. Er starrte mit schweren, blutunterlaufenen und mit tiefen Ringen versehenen Augen auf die Monitore und Brann vermutete, dass die Albträume den Offizier immer noch heimsuchten, obwohl er sie nicht mehr erwähnt hatte. Seit sie Deliverance verlassen hatten. Empfangen verstümmelte VOX-Signale, informierte einer der Adjutanten. Valerius fuhr hoch und drehte sich auf seiner Bank zu Brann. Frequenzen der World Eaters. Versuche, die Verschlüsselung zu knacken, Kommandant. Wen rufen Sie? fragte Brann. Es ist eine allgemeine Legionsfrequenz, Kommandant, antwortete der Adjutant. Wir registrieren außerdem noch Signale der Wordbearers und Emperor's Children. Sie scheinen mit den Sons of Horrors zu kommunizieren. Valerius schien noch blasser zu werden, wenn dies überhaupt möglich war. Er blickte Brann mit einem wirren Blick an. Die World Eaters, die Emperor's Children und die Wordbearers, sagte er, alle sind übergelaufen. Brann antwortete nicht. Er konnte einen solchen Verrat unmöglich glauben. Er versuchte, eine andere Erklärung für ihre Entdeckung zu finden, konnte sich der Wahrheit aber nicht erwehren. Dies war keine einfache Rebellion. Dies war die Geburtsstunde eines Bürgerkriegs. Er saß auf seinem Kommandothron und die Servomotoren seiner Rüstung surrten und knarrten, als er seine Hände zu Fäusten ballte. Mit gesenktem Kopf versuchte er, seine Gedanken freizumachen und sich einen Plan für das weitere Vorgehen zurechtzulegen. Was vorgefallen war, ergab keinerlei Sinn, und sein Geist stellte sich immer wieder die eine unbeantwortete Frage. Was ist mit den Primarchen und den Legionen? sagte er leise. Wir können keine Signale der Ravenguard entdecken, Kommandant, sagte der Kommunikationsoffizier. Wir haben alle Frequenzen der Legion und darüber hinaus gescannt, aber keine bekannten Signaturen gefunden. Brann seufzte traurig. Seine Befürchtungen hatten sich bewahrheitet und Valerius' schreckliche Vorahnungen ebenfalls. Diese wüsten Träume. Befehlt der Flotte, den Kurs zu ändern, sagte Brann. Was? Valerius sprang auf. Kurs ändern? Wohin? Weg von hier, antwortete Brann. Wir kommen zu spät. Es könnte Überlebende geben, Kommandant, argumentierte Valerius. Er sah den Kommandanten flehend an. Wir müssen wenigstens versuchen herauszufinden, was genau vorgefallen ist. Dafür ist später noch genug Zeit, sagte Brann. Unsere unmittelbare Aufgabe besteht darin, nicht entdeckt zu werden und das System in einem Stück zu verlassen. Danach können wir immer noch beginnen, Untersuchungen anzustellen. Kommandant, wir empfangen ein Breitbandsignal von der Oberfläche von Eastwand 5, unterbrach sie der Kommunikationsoffizier. An uns gerichtet? fragte Brann schockiert. Nein, Kommandant, es ist eine allgemeine Mitteilung. Beinahe keine Verschlüsselung. Sie sollten sich das anhören. Ja, gut, sagte Brann und lehnte sich auf seinem Kommandothron zurück. Die Stimme, die aus dem Lautsprecher erklang, war von Wahnsinn geprägt. Jede Silbe wurde wie ein Fluch ausgestoßen. Nun können wir die fehlgeleiteten Söhne von Korax komplett auslöschen. Sie denken, sie könnten uns ewig entkommen. Da haben sie sich geirrt. Ich werde Korax persönlich aufspüren und ihn vernichten. Die Ravenguard kann sich nirgendwo mehr verstecken. In zwei Tagen wird der Sieg unser sein und die letzten Überlebenden werden durch die Hände der World Eaters sterben. Das kann nur Angron gewesen sein, stellte Brann fest, als die Übertragung abbrach. Auf der einen Seite war er erleichtert, dass Korax und die Legion noch am Leben waren. Auf der anderen Seite schien es so, als würden sie es nicht mehr lange sein. Könnt ihr die Quelle der Übertragung feststellen? Viel besser, Kommandant, antwortete der Techniker. Es sind planetare Koordinaten an das Signal gehängt worden, die uns aufzeigen, wo die World Eaters den Angriff planen. Sie fordern orbitale Unterstützung an. Brann schob seine Zweifel und seine Verwirrung beiseite und begann nachzudenken. Er ersann unverzüglich einen Plan, doch er war gefährlich. Er überprüfte und analysierte seine Optionen nochmal, kam aber zu demselben Ergebnis. Auch eine dritte Analyse brachte keine weiteren Alternativen. Markus, signalisiert eurer Flotte Folgendes. Sagt ihnen, sie sollen volle Fahrt nach Eastwand 4 machen. Eastwand 4? Nicht Eastwand 5? Und macht uns volle Fahrt nicht für jeden in Abtastreichweite direkt sichtbar? Genau das ist meine Absicht. Ein Ablenkungsmanöver also, stellte Valerius trocken fest, als ob ihn der letzte Funke an Emotionen verlassen hätte. Ihr wollt meine Schiffe und Männer als Ablenkungsmanöver nutzen. Brann nickte nur von seinem Kommandothron herab und sagte nichts. Valerius schloss seine Augen, griff sich an seine Stirn, als ob er Kopfschmerzen hätte. Schließlich nickte er nur mit zusammengebissenen Zähnen. Wie ihr wünscht, sagte der Präfektor, öffnete seine Augen und schaute den Kommandanten resigniert an. Ich werde auf mein Flaggschiff zurückkehren und alles Nötige vorbereiten. Nein, ihr werdet weiterhin hier euren Dienst verrichten, korrigierte Brann. Ihr werdet nicht von meiner Seite weichen, wie vereinbart. Ihr vertraut mir immer noch nicht, seufzte der Präfektor schwer. Welchen Beweis benötigt ihr denn noch? Wenn der Primarch sicher ist und meine Brüder an Bord sind, werde ich euch womöglich wieder trauen, erwiderte Brann. Bis dahin bleibt ihr hier. Ihr plant eine Evakuierung unter Beschuss, stellte Valerius fest. Ich werde meinen Transporen befehlen, so viele Fähren und Landungsschiffe wie eure Flughankers aufnehmen können herabzuschicken. Brann starrte ihn unverwandt an. Das wäre hilfreich. Lasst uns nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Das wäre hilfreich.